Ganz Berlin sitzt auf der Straße, doch wie konnte das geschehen? Mieten, steigen, wollen vertreiben, uns auf Heimen, doch wir wollen nicht länger schweigen, mögen wir bleiben. In der Berliner Verfassung heißt es im Psalm 28, jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Und ein Recht auf Mietprofite kann hier partout nichts finden. Warum wacht auf, Verdammte dieser Erde, so leicht verdrängen lassen wir uns nicht. Wir sind viele, sagt auch, dass es euch auch betrifft, denn Boden ist ein Menschenrecht.